Hänsel und Gretel Hänsel und Gretel verliefen sich im Wald. Es war so finster und auch so bitterkalt. Sie kamen an ein Häuschen von Pfefferkuchenwein. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein? Hänsel war hungrig, stiwitzt ein Stück vom Dach. Und auch die Gretel, die macht's dem Bruder nach. Es schmeckte gar so lecker, sie aßen immer mehr. Plötzlich, da knackt es und sie erschraken sehr. Hu, hu, da schaut eine alte Hexe raus, lockte die Kinder ins Pfefferkuchenhaus. Sie stellte sich gar freundlich, oh Hänsel, welche Not! Ihn wollt sie braten im Ofen, braun wie Brot. Doch als die Hexe zum Ofen schaut hinein, war sie gestoßen von unserem Gretelein. Die Hexe musste braten, die Kinder gehen nach Haus. Nun ist das Märchen von Hans und Gretel aus. Hallo, abonnier unseren Kanal und du verpasst keins unserer Videos. Natürlich kostenlos.